Ich freue mich riesig, dass so viele heute hergekommen sind, auch wenn jetzt nicht mehr viele da sind. Dass wir gemeinsam ein Zeichen für Verbundenheit setzen in diesen schweren Zeiten und diesen Zeiten der Distanz. Und auch für alle, die nichts mit Meditation anfangen können, ihr könnt euch einfach in Ruhe hinstellen, die Augen schließen, der Musik lauschen und wir werden gemeinsam atmen. Okay, dann beginnen wir einfach mal in Ruhe. So, wir klopfen hier uns auf unsere Atmung. Wir atmen ein und atmen aus. Ein und aus. Ein und aus. Wir spüren mit den Atemzügen, wie der Sauerstoff von unserer Lunge, das vom Herz und der Lunge durch den Körper transportiert wird. Wir spüren unseren Körper, er ist unser Zuhause, wir leben in ihm. Wir atmen ein und wir atmen aus. 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 Wir spüren diese Verbindung zwischen uns und allen Menschen. Wir atmen ein und wir atmen aus. Wir atmen ein und 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 aus. Wir spüren unser Herz, wie es blutig in seinem Körper kommt. Wir spüren unseren Körper, unser Zuhause. Wir kommen ganz gut am Körper an. Wir verbinden uns mit den Menschen in unserer Welt. Wir atmen ein, wir atmen aus. Wir atmen ein, wir atmen aus. Wir spüren die Verbindung untereinander. Wir sind nicht nur mit Menschen, sondern die gesamte Natur, die gesamte Schaffung. Wir atmen ein, wir atmen aus. Und dieses Band, was uns alle verbindet, ist das, was uns stark macht, ist das, was uns vereint und ist das, was uns gemeinsam hervorbringt. Auf dieses Band fokussieren wir uns. Dieses Band wollen wir stärken. Wir wollen, dass Menschen als Familie vereint und vorgeschaltet in eine bessere Zukunft zum höchsten Wohl der anderen E-MVT. Wir atmen ein, wir atmen aus. 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 Wir atmen aus. Das ist toll, das ist toll. Es ist toll, es ist toll. Das ist toll. Du bist toll. Du bist toll, du bist toll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank, ihr Lieben, für diesen wundervollen Moment voll Harmonie, Friede und Freiheit. Es ist einfach wunderbar. Vielen Dank an unsere Musiker. Vielen Dank an unseren Drombenab. Danke, dass ihr heute alle da wart. Und danke auch an allen, die heute da waren, die das jetzt nicht mehr miterleben konnten. Und vielen Dank für diesen wunderschönen Tag. Ihr seid alle so wundervoll. Vielen, vielen Dank. Danke euch! Danke euch! We like you all the children. Yee-hoo! Yee-hoo! Since�� 셰alc quasi Tschüss! Leute! Danke euch! Ciao! Danke euch! Euch Bharat! Ich habe einen außerirdischen Wunderschönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020